So, wir sind jetzt eh gleich da und ähm... Meine Mutter... Ja, warum? Ey, ist sie da? Wenn mein Handy kaputt war. Ist sie da? Nein. Und selbst wenn... Nur kleine Kinder. Nur kleine Kinder. Ja, dann müssen wir doch gleich hier anmachen, damit die gleich schon Scheiß im Kopf haben. Ja. Junge, ich hab Taschentuch. Junge, ich hab... Junge, ich hab... Scheiße, ich hab scheiße Schuhe an heute. Sehr für die Jungs. Wo sind die Düsseldorfer? Sollen die Düsseldorfer rein? Ja, Düsseldorfer. Hey. Nein. Ich mach jetzt Jagd-Saison an. Das ist das geilste. Was es gibt. Nö. Ich misch das. Dann kommt diese Frau raus. Mach die Mausilgleise. Hey, Junge, die haben Kondome. Ja. Geil, die haben einfach Kondome. Ja. 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 Die haben einfach Kondome. Ja. Alter, da sind einfach da hinten so Kondome. Da hinten Kondome. Da hinten sind einfach... Ja, die meißen sonst raus. Was? Du musst es auch machen. Die meißen sonst raus. Wer? Ich. Das ist meins, ne? Das bin ich. Alter, die haben frei da hinten Kanicke oder sowas. Nee, aber die haben auch Kondome. Wo? Ich kann das? Ich kann das nicht. Nee. Ich muss ja das rein. Ja, okay Elias. Und Emi schaut hin. Ja, gut? Ja. Ich hab ihn. Mir hat aber drastisch untergefallen. Junge, okay, dann sag ich mal, das war's mit dem Video und ja, ciao.